Als Kinästhetikstrainer arbeite ich mit Menschen in jedem Alter. Meine Beobachtung ist, dass Menschen, die sich mit der eigenen Bewegung auseinandersetzen, zu mehr Möglichkeiten kommen. Dass sie weniger abhängig sind von gut gemeinten Ratschlägen und stolz sind auf das, was sie selber erarbeiten in Bezug auf ihre Gesundheit und auf ihre Möglichkeiten an Arbeitsplätze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 – Wachen. Vielen Dank.